yo leute ich bin's wieder euer beatmaster und heute gibt es um 20 uhr einen live stream ich kann euch nur so viel sagen es wird ein richtig geiler stream und kommt vorbei wie ihr seht fifa 30 5 19 sticker sind jetzt seit zwei wochen draußen und ich werde sie heute an boxen bis dahin ciao